Null Strom. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie kommen wir hier rein? Ja, wir sind ja nicht doof und gucken uns einfach mal ein bisschen um. Hm, das sieht so aus wie etwas. Ja, das ist ein bisschen. Es funktioniert ja, es ist ein bisschen. Ja, es funktioniert nicht. weil hier funktioniert der Korn ist okay hier funktioniert momentan gleich einfach mal gar nix ne ich komm da nicht rein komm schon sieht gut aus erst mal fluschen wo ist denn die Pumpe? die Pumpe ist hier so darf ich jetzt vielleicht bin gut saug mal ab Freund ich bin da macht mal ruhig hier ja alles gut johnson alles gut okay Frau ja 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 Was denkst du, dass ich das gemacht habe? Warum würde diese A.I., die WoW, mir hier bringen? Ich glaube, dass man überhaupt nicht wissen kann. Ich habe meine eigenen Gefühle, aber nichts, die zu verabschieden kann. Sag mal, warum denkst du, dass die WoW mich hier gebracht hat? Die WoW hatte eine Reihe von Anwendungen, aber sie alle von einer Idee sprach. Preserve die Humanität. Wenn die Komet auf die Erde auf die Erde zu töten, um alles zu verabschieden, die WoW zu verabschieden, die WoW zu verabschieden. Das ist die Humanität. Ich denke so, aber ich glaube nicht, dass wir die Definition von Human haben. Oder Leben, für das Wichtigste. Katharine, sind wir жив? Das ist eine unmögliche Frage zu answerieren. Wir haben keine Definition von Sinn. Ich denke, dass es ein Weg gibt, um zu wissen. Um zu wissen, ob diese Leben wert ist. Ich denke, dass du sehr viel verändert hast. Aber hast du wirklich... Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so anders. Aber der Welt ist sicher. Ich habe nie gedacht, wie viel die Idee von mir selbst verabschieden, wo ich bin. Wie bedeutet das? Ich vermisse Toronto. Nicht, weil meine Freunde und Familie da sind, aber weil ich weiß, wo ich in. Ich bin ja schon wieder da. Ich bin ja schon wieder da. Ich bin ja schon wieder da. Ich sage順end aniqu边her. So... Fit wie ein Turnschuh, wie immer. Ihr kennt mich hier. Basilikum, wie ist der Heine, hier kann? So. Was müsst ihr denn machen? Was ist denn das schön? ist. Neon. Alles schön. Oh. Jetzt. Warte mal. Warte mal. Das kriegst du hin? Warte. So. Nehmen wir das mal ausmachen. Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Das muss man alles hin. So. Oh. Wo muss ich denn hin? Ach da unten. Oh. Das ist ja tricky. Ne. Mach mal auf. Was. Ich hab auch nicht. Okay. Da ist nicht das grad durchgebrochen. Das ist grad durchgebrochen. Kacke jetzt. Nehmen wir doch hierher. Passiert irgendwas? Ja. Bis wohin muss ich denn? Bis da unten hin? Echt? Okay. Warte. Hör mal. Erstmal mich eilt hier. So. Ich sag immer durchbrennen hier. Was soll ich denn jetzt da unten noch kommen? Warte mal. Kann immer alles hin. Kein Problem. Kein Problem. Und und und. Ich glaub eins davon brauch ich gar nicht. Ja. Vielleicht brauch das hier. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Men es kommt so zu, wenn ich noch ein paar Techniken halte. Fynn das mal so. Und das ist sie. Es fühlt sich so, wie mein Kopf ist zu explodieren. Wie kann das? Das ist alles für emergene Werteilung. Außerdem, Kameran denkt, dass die Ringen wird, wenn J.R. erreicht 100%. Dann sag ihn, dass er schnell aufhören. Es sollte ein paar Stunden dauern. Es ist nur ein paar Stunden. Es ist nur da. Ja, ich habe diese Sache, die ich muss, um zu beschäftigen. Also werde ich mit dir reden. Okay? Sure thing. Er muss sich überladen, das Blackbox. Humans haben Blackboxes? Here we do. Company Policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine Blackboxes. Just like the Intercom and Theta. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Hm? Ich gucke, ich gucke. Ich gucke auch verantags. Frau, hast du irgendwas an dir, wo ich vielleicht rauslesen kann? Wo? Oh, sehr viele Blackboxes offline. So, Anmerkung aktiviert. Blackboxes fail implementiert. Standard irgendwelche. Weiß ich nicht. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke, ich hab ihn verabschiedet. Bilziert was? Warum habe ich das Gefühl, dass wir in die Gesichtspfänge etwas am Anfang gefahren sind? What are you talking about? Yay! So, it's coming in. I'm done. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. I'm going to go around. And then I'm going to go inside. Maybe it's not good, what we're going to do here. Okay. I would like to see a bird again. He looks really cool. He looks really cool. Oh, look. There is one. Hello. Hmm. All fucking open. And nobody's answering to anything. What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying. How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red. Seconds away before the CO2 gets me. Straski. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait. Straski. What are you doing? Oh. 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 Guck mal. Jetzt fahren die kleinen süßen Knuddeldinger rum. Guck mal. Hallo. Schneckchen. Hallo. Hallo. Mmm. Voll süß. Jetzt ist der Strom auch meistens an. So cool. So cool. So, das sieht doch jetzt super einladend aus, super einladend und da kann man jetzt hier auch die Band buchen. Schwenk mit meinen Omnidoren und werden reingelassen. So. Was? Bitte anderen Ereignis? Was? Wie jetzt? Jetzt. Aber komm ich nicht rein, weil die Pumpe nicht so gescheit funktioniert. Oh. Das sieht ja super sympathisch aus hier aber. Okay, ich weiß jetzt. Okay, ich weiß jetzt. Das sieht doch gar nicht so kacke aus hier. Ich weiß jetzt. Ich weiß jetzt nicht so kacke aus. Ich weiß jetzt nicht so kacke aus. Genau. Ich weiß jetzt nicht so kacke aus. Ich weiß jetzt. Ist das so kacke aus? Ja. Ja, ja. Okay, dann beende ich erstmal die Runde jetzt und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Na Quatsch, beim nächsten Let's Play. Bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, tata.